Herzlich willkommen liebe Zuschauer zur heutigen Autorenstunde. Mein Name ist Martina Amato und ich wurde quasi eigentlich über Nacht Autorin. Mein erstes Buch heisst Schule einfach anders und genauso wurde ich über Nacht Homeschool-Lernbegleiterin. Oder was würdest du tun, wenn deine Tochter nach wenigen Wochen Schule plötzlich nicht mehr aufstehen würde, die Schule verweigern würde und du müsstest sie eigentlich dorthin tragen. Wenn sie dir sagen würde, Mama, dahin gehe ich nie wieder. Das fühlt sich nicht an wie das echte Leben. Und ich habe dich ausgesucht, weil ich wusste, dass ich eines Tages nicht mehr zur Schule gehen würde und du mich nicht dazu zwingen wirst. Also ihr könnt euch vorstellen, damals im 2015, als mir das passierte, das war für mich eine grosse Lebenskrise. Eine Welt brach zusammen. Ich hatte da alles wirklich geplant. Wir hatten als Eltern geplant, unsere eineigenen Zwillingstöchter separat einzuschulen, damit sie sich auch möglichst individuell entwickeln können. Aber das Leben lebt sich selbst. Man kann es noch so planen. Es kommt meist anders als geplant. Und was nun? Also in dieser Krise begann ich mich natürlich mit Alternativen zu beschäftigen und man muss sich vorstellen, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt in unterschiedlichen Funktionen über Jahre im Kindesschutz gearbeitet und ich wusste, was auf Situationen, wie die unserer Tochter eigentlich folgen würde. Also irgendwann ist es ja dann so, dass das Kind abgeklärt wird. Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, womöglich eine Diagnose oder Medikamente. Wir haben uns damals für einen anderen Weg entschieden und in dieser Krise begann ich zu schreiben. Mit Unterstützung unserer Ärztin wurde ich dann eben quasi von heute auf morgen Homeschool-Lernbegleiterin. Und irgendwie war dann die Idee da, während dem Schreiben, es war mehr ein Tagebuch zu Beginn, habe ich mir dann einfach die Frage gestellt, es kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die in einer solchen Lebenssituation bin. Und dann entstand wirklich die Idee des Buches und es ist ein grosses Mutmachbuch. Die drei Federn auf dem Cover stehen eigentlich für Leichtigkeit, Lernen und Lebensfreude und Schule einfach anders spricht genau darüber. Über das Leben, über Begeisterung, über Loslassen, Ängste und Authentizität, über das Leben im Jetzt und wie Lernen eigentlich immer, immer und überall stattfindet. Es erzählt weiter, dass jedes Kind ja anders ist und das ist ja das Schöne, diese Einzigartigkeit der Kinder. In meinen Augen haben wir ja eine Kindervielfalt und das benötigt wirklich auch eine Bildungsvielfalt und zwar eine, die sich jeder leisten kann. Das Buch ist, ich habe es zeitgleich geschrieben, also es ist sehr authentisch und erzählt aus unserem Lernalltag im Homeschooling. Gerne lese ich nun eine Textstelle vor, damit ein Eindruck entsteht und zwar finde ich es wunderbar, Kinder haben ja unglaublich viele Fragen und das ist spannend, wenn man sich nämlich Zeit nimmt, diesen Fragen nachzugehen. Und zwar am 13.05.2016 der Titel Gott kennt alle Antworten. Wieder am Frühstückstisch fragt Chiara heute, Mami, wie heiss und wie gross ist die Sonne? Zufrieden antworte ich ihr, nachdem ich Google konsultiert habe, dass die Sonne 15 Millionen Grad heiss und 109 Mal grösser als die Erde sei. Ihre nächste Frage kann ich nicht mehr beantworten. Wer kennt all diese Antworten und wie kommen sie in den Computer? Ich fühle mich einmal mehr wie Sokrates, ich weiss, dass ich nichts weiss. Skeptisch schaut sie mich an, zu meinem Erstaunen beantwortet sie sich die Frage irgendwie selbst. Nur Gott kennt alle Antworten. Du meine Güte, wie um Himmels Willen kommt sie auf eine solche Aussage. Und wie würden Sie darauf reagieren? Ich bin sprachlos und entscheide nichts zu sagen. Als Kind war ich nicht anders. Ich wollte wissen, wer der erste Mensch auf Erden war und wie dieser überhaupt entstehen konnte. Mit den Jahren habe ich aufgehört, gewisse Dinge zu hinterfragen. Ob schon ich kein unkritischer Mensch bin, Kinder inspirieren mich, der Sache wieder auf den Grund gehen zu wollen. Sie wecken die Forscherin in mir. Wo ist sie bloß über all die Jahre hinweg gewesen? Ja, das ist ein Auszug aus Schule einfach anders. Und dann würde ich gern noch einen weiteren vorlesen. Und zwar, auch im 2016 geschrieben, das Innenleben eines Kugelschreibers. Zu Beginn habe ich mich noch darüber geärgert. Immer wieder haben Kiara und Mirjana Kugelschreiber und Filzstifte auseinandergenommen. Sie gingen dabei kaputt und es schien sie nicht zu kümmern. Inzwischen habe ich verstanden, dass sie die Kugelschreiber und Filzstifte nicht mit Absicht kaputt machen. Sie brechen sie nur auf, um zu schauen, wie sie gemacht sind. Begeistert erforschen sie das Innenleben des Kugelschreibers. Sie möchten sehen, wie er gemacht ist und verstehen, weshalb er schreiben kann. Ich begnüge mich damit, dass er schreibt und rege mich auf, wenn er es nicht tut. Kinder haben diesen Forscherdrang. Sie nehmen gerne Dinge auseinander. Nicht, weil sie zerstörerisch veranlagt sind. Wissbegierig wollen sie herausfinden, weshalb und wie etwas funktioniert. Hätten wir keine Kugelschreiberbrecher, würde es keine Erfindungen mehr geben. Ich denke an den technologischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte. Es braucht sie. Die kleinen, wachsamen Forscher, die Tüftler, die alles auseinandernehmen und die Welt hinterfragen. Dafür benötigen sie Zeit und Raum. Und genau das hatten wir über all diese Zeit, während ich meine Kinder im Homeschooling begleitet habe, weil auch die andere Tochter hat sich dann irgendwann für diesen Weg entschieden. Ich bin keine Homeschool-Verfechterin im eigentlichen Sinne, sondern setze mich seit Jahren, wie bereits erwähnt, für eine freie Bildungswahl ein. Weil ich denke, jedes Kind sollte in seinem Tempo, seinen Bedürfnissen entsprechend lernen dürfen. Und ja, Schule einfach anders habe ich den Kindern gewidmet. Genau mit diesem Wunsch. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass seit das Buch erschienen ist, es ganz vielen Familien eigentlich Mut gemacht hat und ihnen Wege gezeigt hat, ja, im schulischen Bereich auch neue Wege beschreiten zu können. An alle Kinder mögen sie mit Freude und Begeisterung lernen dürfen. Und sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn euch diese Buchvorstellung gefallen hat und euch das Buchschule einfach anders aus dem Leben einer Homeschool-Familie anspricht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.